Yo Leute und herzlich willkommen zu Ich lese Sachen von Genomeins Twitterfonds und kassiere dafür AdRevenue oder auch gehabt euch wohl euer Herr Newstime. Okay, Spaß beiseite. Wir sind schon wieder bei dem Thema JoOli angelangt und später auch bei dem Thema Gleichmitte. Ich weiß auch ganz ehrlich nicht wie das passieren konnte, zumindest so schnell wieder. Ich hatte ganz ehrlich damit gerechnet, dass erst nächstes Jahr wieder zu dem Thema in einem Video kommen wird. Aber gut, jetzt ist es so und JoOli ist anscheinend aus der Haft entlassen worden. Zumindest scheint es wie gesagt so, denn auf seinem Instagram hat er ziemlich viele Storys gepostet. Ich hätte euch das gerne aus erster Hand gezeigt von seinem Instagram, aber ich wurde noch nicht angenommen, da der Account privat wurde. Und ich jetzt eben so schnell wie möglich das Video raushauen will, dass ihr halt eben die Neuigkeiten auch selber mitbekommt. Kann ich euch jetzt nicht alles aus seinen Storys zeigen. Jedoch hat jemand unter dem Twitter-Post etwas aus seiner Story gepostet, was mich sehr stark glauben lässt, dass er freigelassen wurde. Nämlich wurde hier ein Bild von so einem, ich nenne es jetzt einfach mal Ausweis aus dem Knast gezeigt. Einmal mit einem Bild von ihm. Dann halt hier oben kann man erkennen JVA. Wenn ich weiß, was ein JVA ist, ja, jetzt denkt mal scharf nach, dann wisst ihr es. Und dann halt hier unten rechts auch noch Hafthaus HS2. Und seine nette Betitlung immer gut gelaunt, trotz entschuldiger Einaftierung. Also scheint er wirklich rausgelassen zu worden sein, keine Ahnung. Vielleicht hat irgendein Mädchen gelogen und hat das zugegeben. Vielleicht hatten sie nicht genug Beweise, um ihn festzuhalten. Man weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall krass, wie schnell er wieder rausgelassen wurde. Da sieht man halt auf jeden Fall, dass da irgendwas nicht richtig gelaufen ist, weil es ist sehr komisch, dass jemand so schnell aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Ich kenne das zumindest so nicht, aber naja, egal. Ich werde auf jeden Fall den Twitter-Post hier von Jooli und auch den Instagram-Account von Jooli in der Beschreibung verlinken. Und es ist der Twitter-Post von Gendermine, nicht von Jooli. Das war gerade ein bisschen schlecht ausgerückt, aber hey. Dazu hat Gendermine auch noch etwas über Gleichmitte gepostet. Der Post wurde inzwischen gelöscht, aber ich kann euch ungefähr zitieren, was darin vorkam. Und darin stand eben ungefähr folgendes. Nämlich, dass Gleichmitte aus der Haft bald entlassen werden soll, weil er ein Geständnis abgelegt hat. Und da es eben von Gendermine kommt, kann ich ihm da glauben. Ich kann die Gründe jetzt, wie gesagt, hier nicht nennen, warum ich ihm da glauben kann. Aber ich kann euch einfach nur sagen, es wird wahrscheinlich so sein, dass Gleichmitte vielleicht noch dieses Jahr rausgelassen wird. Genauso wie Jooli. Das wäre doch was. Beide YouTuber erst mal im Knast, sind dann wieder frei. Alles im gleichen Jahr noch. Ich hätte ganz ehrlich erst damit gerechnet, dass man nächstes Jahr erst wieder was von den beiden hört. Aber gut. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Und ja, wir sehen uns bei einem anderen Video oder bei einem Livestream wieder. Haut rein. Ciao. 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 Vielen Dank.